Hallo, ich möchte euch meine neue Ukulele vorstellen. Ich bin von ihr so begeistert, dass ich das einfach mal jetzt hier mit meinem iPad aufnehme. Das ist eine von Romero Creations. Das Holz ist Mango, massiv, mit sehr schöner Maserung. Ja, ein bisschen näher ranhalten. Fantastisch verarbeitet und ein sehr schöner Klang. Übrigens hat diese Ukulele eine tiefe G-Seite. Die Stimmung ist G, C, E, A. Und sie klingt ungefähr so. Die Stimmung ist G, C, E, A. Die Stimmung ist G, C, E, A. Die Stimmung ist G, C, E, A.